Herzlich Willkommen beim Cologne Pride 2013 hier auf der Deutzer Brücke in der schwulen Hauptstadt Köln. Mein Name ist Roxley Vermont, meine Partnerin Svetlana Turi. Wir feiern uns heute die Seele aus dem Leib und laufen, dass es zeugelt, auf das die Gleichberechtigung endlich eintritt, was ihr im Moment tut. Da sind wir ganz froh drum und ich wünsche euch viel, viel Spaß. Ihr seid klasse! Ihr seid klasse!